1 2 3 Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass irgendwo auf der welt jemand gerade seine katze vergewaltigt und in den Arsch ballert? So, sieht man mich? Moin! 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 Herzlich willkommen hier auf dem besten Twitch Channel der gesamten Welt des gesamten Planeten, des gesamten Universen. Es hört mal auf, jetzt solche Allgemeinwissensfragen zu stellen, da kacke ich richtig ab. Keine Ahnung, wenn mich jetzt jemand fragt, was ist die Hauptstadt von Rom? Rom, Lateinisch-Roma, Italienisch-Roma, Roma, Amtlich-Roma, Kapital. Wenn man meine Nachricht hervorhebt und sie nicht liest, Moin Noah, ja, was war denn deine Frage? Wenn das jetzt Müll war, dann gibt es so ein Timeout, holy shit. Darf ich vielleicht Moderator werden? Junge, dann kommt sowas, Alter, ich raste hier gleich komplett aus, Mann. Jesus. Alter, da könnte ich ausrasten. Wirklich. Hauptsache Flame und dann kommt so eine Scheiße. Nein, du kannst nicht Moderator werden. Geh mir nicht auf den Sack, holy shit. Sorry, aber das fackt nicht ab. Fragt nicht, wie man Moderator werden kann. Wenn ich jemandem Moderator gebe, dann gebe ich ihm Moderator. Alter, sowas fackt mich ab. Holy shit. Alter, weißt du, er sagt, er hebt die Nachricht hervor. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Wichtiges. Dann gucke ich die Nachricht. Was steht da? Wie werde ich mut? Digga, das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Boah, nee, nee, Jungs, das hat mich, das hat mich heute gekillt. Ach ja, du magst. Aber nur ganz älter, da kann ich dir nur noch eins fragen an der Stelle. Wie wird man not? Ey, es geht ungefähr so. Oben links ist besser. Oben links. Oben links. Gehen wir hin. Karim kommt wieder. Und bumst mich komplett. Konzentration. Geht. Fuck! Nein! Nein! Okay. Okay. Also das war der heftigste Fettfinger in der Geschichte der Fettfinger. Pass auf. Einfach leakt. Einfach leakt. Das ist mein Haus. Danke, Toast, dass jetzt jeder weiß, wo ich wohne. Kurs geht raus. Nee, aber for real, wenn man ehrlich ist, wenn man den Stein austauschen würde... Nee, der meint, dass unser Haus sieht ganz anders aus. Ja! Eins. Egal, 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 ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist okay. Der muss jetzt einfach hinten, scheiß drauf. Ja! Ja! Wie viel? Wie viel? Ich glaube das ist nicht viel Ich dachte du kackst in die Dusche Unter anderem ja Unter anderem auch ja